Salve Atuti! Es ist Freitagabend, es ist Dax Time, wir haben den 28. August und es ist 19.24 Uhr, wenn ich diesen Film beginne. Erstmal was in eigener Sache, am 5. und 6. September, das ist nächster Samstag und Sonntag, mache ich noch ein Webinar über Skype. Ich gehe mal davon aus, das ist das Letzte, was ich dieses Jahr mache und wenn ihr hier über den Button Seminare, ich glaube ihr seht ihn jetzt nicht, drauf geht, dann steht auch auf der Homepage schlegel-training.com, was das alles kostet, worum es geht. Das ist nächsten Samstag und Sonntag, sind 8 Stunden. Der Mark fällt mir nicht, das sage ich ganz offen. Zum einen, wir sind nach wie vor in dieser leidigen Sertwärtsphase. Wir hätten die Chance gehabt, das High vom 21.07. bei 13.318 zu sehen. Das haben wir noch nicht geschafft, wir sind kurz vorher dran verhungert und kämpfen gerade eben mit der 13.000. Die Bänder sind so eng wie lange nicht mehr und zwar nur noch 748 Punkte auseinander. Also ich weiß, ich habe da schon vor zwei Wochen gesagt, die Entscheidung naht, aber jetzt wird es wahrscheinlich ja, dass was kommt und ich muss im Moment davon ausgehen, mit Blick auf die gesamte Technik, darauf gehe ich gleich ein, dass wir eher nochmal die unteren Gefühle sehen. Ich muss davon leider ausgehen. Also, Bänder eng, das ist keine Aussage, das ist einfach nur, der Markt ist immer noch in diesem Chill-Modus, es ist für Daytrader schick, es ist für Antianleger nicht so schön. Die gleitenden Durchschnitte sind jetzt hier so im Bereich von 13.30, hängen die aneinander 10 und 20-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie ist weit weg. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Das MACD, es ist ja keine Richtung vorhanden, wird leicht abfällig, leicht, das nehme ich jetzt nicht als Verkaufssignal. Aber die Geschichte hier, das ist ein ganz frisches Verkaufssignal auf hohem Niveau in Verbindung mit einer negativen Divergenz. Nicht schön. Gefällt mir gar nicht. Ich weiß, dass viele Leute den Markt eher runtersehen würden und wahrscheinlich auch dementsprechend positioniert sind. Das heißt, das wird jetzt kein Absturz oder so, das glaube ich nicht. Aber zumindest mal ein in die unteren Regionen gen Süden gehende Bewegung ist das, was ich erwarte. Von der Technik her, wie gesagt, ist das bei mir eher negativ. Ich werde keinen Long machen. Ich stelle aber auch bei mir fest, ich habe auch in der letzten Woche, ich habe seit Wochen den Index selbst nicht gehandelt, in den verschiedenen Einzelwerten, ich habe Long-Position genommen, aber ich war dann froh, wenn ich über die Option meine 10, 20, 30 Prozent hatte und habe die auch relativ schnell rausgehauen. Ich habe null Vertrauen in den Markt, null. Die Hosse stirbt in der Euphorie. Und das ist, glaube ich, ein Spruch, da müssen wir einfach mal auf den Nasstag drauf aufpassen, weil momentan ist es so, wir kommen morgens rein, ui, der Nasstag ist wieder so viel gestiegen und das hilft natürlich dem Markt. Aber es hilft ihm nicht genug. Wir bauen hier ein fettes Doppeltop. Ich gehe mal ganz kurz mit euch auf die Woche. Das ist ja auch so eine Geschichte. Wir haben einen zweiten Shootingstar, einmal, zweimal. Und der jetzige hat den alten nicht überboten. Das hätte er machen müssen. Wir sind deutlicher negativ über das MACD und auch hier haben wir die bestehende negative Divergenz in der Technik. Ich darf es nicht mögen. Der Markt braucht eine Pause. Ich habe null Vertrauen in den Freund. Ich gebe euch trotzdem, für alle, die sagen, was der Schlegel, der erzählt, der Quatsch, gebe ich mal ein paar Scheine an die Hand. Ich habe hier einen 12.382er. Da sind wir kurz unter dem unteren Band da. Das wäre die Option. Das hier ist mir zu knapp. 12.624 ist mir zu knapp. Die liegt hier unten drunter. Für den Fall, dass wir das obere Band brechen, aber dann auch als Conditio sine qua non, hier das High bei 13.318. Das ist wichtig. Nur das Band brechen reicht nicht. Dafür habe ich so einen Call hier. Das ist ein 12.382er. Der hat im Moment einen 20er Hebel, also keine kleine Pille-Palle-Option, mit der Kennnummer von Goldman GF0FNM. Friedrich Nordpol Marta. GF0FNM. Jetzt schauen wir mal beim Schwarz. Den kann ich nämlich auch recht knapp legen. Ich lege den ziemlich eng hier hinter die 13.300. Dann nehme ich aber auch den Hebel noch mal ein bisschen hoch. Und ich komme mit sowas hier ganz gut klar. Das ist ein 25er Hebel, 13.554. Den nehme ich deshalb, weil wenn wir nämlich hier durchgehen, dann kann der auch schnell nochmal 50, 70 Punkte nach oben streiten. Und das würde heißen, ich habe genügend Zeit, die Stops dementsprechend anzupassen. 13.554, ein 25er Hebel von Goldman Unlimitiert, sprich Open End, ist die Kennnummer Gustav Bertha 9, GB9. DQR, GB9DQR. Ja, mal schauen, was die nächste Woche bringt. Ich wünsche euch alles Gute, happy trading und fette Beute. Bye, bye.